Hallo, Felicity Fox hier. Zu euren Diensten. Als nächstes möchte ich euch wieder zwei meiner allerbesten Freunde vorstellen. Oh, hi. Ich bin Vanessa und das ist mein bester Freund Sprint. Hallo. Wir geben heute ein Abendessen für unsere Freunde. Nichts macht mehr Spaß, als sich um unsere Freunde zu kümmern. Oder Sprint? Vanessa hat recht, andere zu verwöhnen, liegt ihr am Herzen. Dann ist jetzt wohl der Moment, dass die Natur ihren Zauber entfalten sollte. Heilkräuter! Vanessa ist die Schüchterne und Stille in unserer Gruppe. Nicht bewegen. Ich glaube, unsere Tarnung funktioniert. Naja, so still nun auch wieder nicht. Und wie du sehen kannst, leben wir Blumen. Wir lieben es, sie zu gießen, ihren Duft zu riechen. Mit ihnen zu reden. Hi. Wie geht es dir heute? Wann immer wir Enchantimils Hilfe brauchen, ist Vanessa als Erste zur Stelle. Gesundheit. Alles in Ordnung? Ja. Sieht aus, als wärst du allergisch auf diese Blumen. Du liebe Güte. Sprint. So, seht ihr? Keine Blumen mehr. Vanessa ist ständig auf Zack. Kommt mit, wir müssen uns beeilen. Und sie ist immer sehr liebevoll. Du hast dir ja wehgetan. Schon besser? Ich sag ja immer, schnell rennen macht Spaß. Aber halt immer an, wenn ein Freund Hilfe braucht. Sehr richtig, Vanessa. Und alle hier in Wunderwald wünschen euch Frieden, Liebe und Enchantimils. Und alle hier in Wunderwald. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017